In der Schweiz gibt es wunderschöne Berggipfel und viele steile Hänge. Aber das hier ist etwas ganz Besonderes. Es ist die steilste Stammzellbahn der Welt, die von der Gemeinde Schweiz zum Bergdorf Stoss führt. Stoss ist ein Bergdorf, wie es im Bilderbuch steht und nur über die Bergbahnen zu erreichen. Die Bahn ist so konstruiert, dass man als Passagier in der Kabine immer auf einer waagerechten Fläche steht, egal wie stark die Gleise am Hang hochgehen. Die ganze 110 Steigungsprozent muss sie bewältigen. Das heisst Weltrekord und ist so steil, dass die Bahn auf 10 Meter in der waagerechten 11 Meter nach oben fährt. Sicherheit ist da natürlich das Wichtigste. Seit dem letzten Dezember ist die Bahn im Betrieb. Wir dürfen jeden Tag viele Gäste begrüssen. Da sammelt sich natürlich auch Dreck und viel Abfall an. Die Glasscheiben von diesen vier Kabinen gehen fast rundherum. Während der Fahrt hat man auch wunderschönen Blick in die Alpen. Auch wird alles mit der Bahn hochgefahren, was man hier bebraucht. Dazu hat sie einen Lastenbereich. So fahren wir auch unsere Wartungs- und Reinigungsgeräte nach oben. Vom Stoss, das auf 1300 Meter Höhe liegt, führen zwei weitere Sesselbahnen weiter hoch zum Frontalbstockgipfel. Auch diese beiden Bahnen müssen regelmässig gewartet und gereinigt werden. Ganz oben auf dem Frontalbstock hält man einen Rundblick und schaut auf den herrlichen Vierwaldstettensee. Das ist schon einzigartig und auch für mich jedes Mal wieder ein Erlebnis. Ich arbeite sehr gerne hier und kümmere mich mit meinen Kollegen darum, dass alles einwandfrei läuft und für jeden Fahrgast ordentlich ist. Mein Name ist Gregor Ranne, ich bin für den Bergbahnenbetrieb zuständig und seit neun Jahren jeden Tag stolz darauf, ein Teil von diesem wunderbaren Projekt zu sein. Ich arbeite dort, wo unsere Gäste ihre Freizeit und Ferien verbringen. Und das ist das Schönste für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!